Petra Marie Kamen ist eine deutsche Schauspielerin. Karriere Petra Marie Kamen bekam eine externe Ausbildung am Berliner Ensemble mit Dozenten der Hochschule Ernst Busch in Berlin. 1992 spielte sie Impericles die Tysa in einer Inszenierung von Peter Palitsch. 1996 war sie als Sandra in Herr Puntiller und sein Knecht Mati unter einer Schläf zu sehen. 1993 spielte sie ihre erste Filmrolle in Adamski. Seither wirkte sie in zahlreichen Filmen mit wie unter anderem in Shame on You, Otto, Der Katastrophenfilm und Die Quittung. Sie spielt in folgenden TV-Serien mit Praxis, Bülobogen, Kurklinik, Rosenau, Die Cleveren, Ich las mich scheiden, Der See Rosenteich, Balco, Anja und Anton. Beutolomeos sucht den Weihnachtsmann, Unser Charlie und das Haus Anubis. Filmografie 1993 Adamski 1993 Shame on You 1995 Friedemann Briggs eine Schwäche für Mord 1995 Kurklinik Rosenau, Dickliebdünn 1996 Praxis, Bülobogen, Grippewelle 1997 Tatort, Mordgeschäfte 1999 Otto, Der Katastrophenfilm 2000 Carolina 2001 Edel und Stark 2001 Im Namen des Gesetzes Verhängnisvolle Affäre 2002 2002 Balco 2002 Der See Rosenteich 2002 Die Quittung 2002 Forsthaus Falkenau Verdacht 2002 Klara Schatz Klara Schatz Lauter Tolle Frauen aus lauter Liebe zu dir 2003 Küstenwache 2003 Liebe Chinesisch 2004 Beutolomeus 2004 Der Dicker 2004 Kometen Ilona 2004 Soko Köln 2004 Urlaub vom Leben 2005 Anja und Anton 2005 Schloss Einstein 2007 Erfie Priest 2008 Unser Charlie 2009 Alles für Lila 2009 Eine Frage des Vertrauens 2009 zu 2012 Das Haus Anubis 2010 Groupies bleiben nicht zum Frühstück 2015 Bridge auf Spieß der Unterhändler Theater 1992 Pericles 1996 Herr Puntiller und sein Knecht Matti 1998 Der Ozeanflug 1999 Die Brechtakte 2000 Die Verfolgung und Ermordung 2004 Drei Groschenoper 2006 Carolina 2008 Hölderlen Eine Expedition Die Verfolgung und Ermordung Die Verfolgung und Ermordung Dir ủ King 2000 nach